Ja, herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 3 mit den Franzosen. Und heute werdet ihr erfahren, ob der seitene Faden reißt oder ob ich den Kessel halten kann. Darum soll es auch in dem heutigen Teil gehen. Nur mal kurz zum Überblick, weil ich hatte jetzt, glaube ich, eine Woche keinen Upload mehr von der Hearts of Iron Geschichte. Ich habe auch seit der Zeit auch keine Folge mehr gespielt. Also ich habe bei mir auch eine zeitliche Unterbrechung gehabt, weil ich ein wenig Battlefield Hardline getestet habe. Die Beta ist ja Anfang Februar gelaufen. Und da habe ich mich schwerpunktmäßig auf das Spiel konzentriert. Und ja, das habe ich halt ein wenig schleifen lassen. Aber nun soll es weitergehen. Beim letzten Mal war es ja so, dass ich diesen Kessel bzw. diese Schneise geschlagen habe. Und es soll jetzt ein Kessel werden. Dazu ziehe ich jetzt diese eine Infanteriedivision noch hoch. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es ist eine ganz gefährliche Geschichte. Sobald hier von außen Truppen hier ran stürmen, dann werde ich hundertprozentig massive Probleme bekommen, den Kessel aufrecht zu halten. Und falls der Kessel dann platzen sollte, dann kann es auch gleichzeitig das Ende des ganzen Spiels bedeuten. Weil dann könnte es passieren, dass meine angeschlagenen Einheiten keine Chance mehr haben, den Gegner noch irgendwie zu verzögern, die Angriffswelle zu verzögern bzw. den Gegner zurückzuschlagen. Aber im Moment läuft es noch so ein bisschen nach meinem Wunsch, sagen wir es mal so. Ja, hier seht ihr, wenn ihr da die Manpower schon mal seht, dann wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. Also alle total im Keller, die sind eigentlich schon aufgerieben. Normalerweise müsste ich die auflösen, aber ich habe sie halt wegen den guten Erfahrungspoints. Ja, überall nur angeschlagene Einheiten und ich komme auch nicht so recht durch. Aber jetzt geht es erstmal darum, den Kessel irgendwie zu halten bzw. ihn auch endgültig mal zuzumachen, sodass die Deutschen bzw. die gemischten Verbände sind ja hier, wie ihr seht, Deutsche übergeben worden an Italiener. Eine rumänische Gebirgssäger ist hier eingeschlossen, eine ungarische Infanterie treibt sich hier rum. Die ist komischerweise noch nicht an die Italiener abgegeben worden, diese deutschen Einheiten. Den Grund, den kennt nur die KI. Ja, gut. Die Frage ist, was machen wir, wenn der Kessel zu ist? So wie jetzt, weil der Kessel ist jetzt zu. Die haben hier Häfen noch in der Gegend. Ähm, das könnte sein, dass sie dadurch versorgt werden. Das Problem ist, wenn ihr euch noch recht erinnert, ich habe so gut wie keine Marine mehr. Beziehungsweise die ist auch deftig angeschlagen, wobei die könnten wir losschicken. Gut, dann wollen wir die als erstes mal hier oben positionieren. Ähm, die soll einfach mal da hinfahren, mehr soll die gar nicht machen. Schaut es mit einem anderen aus. Oh, das, da hat es schwer. Die Dünnkirchen-Klasse ist angeschlagen. Die Algerien-Klasse ist angeschlagen. Schaut nicht gut aus. Wie schaut es mit meiner Einheit da unten aus? Die ist auch noch im Aufwuchs, mehr oder weniger. Die war ja komplett zerschlagen. Die wurde komplett aufgelöst. Ja, und das ist ein Phänomen, da würde ich am liebsten den jeweiligen Kommandeur der KI links und rechts einer auf die Backen schlagen. Was machen die hier unten? Ähm, obwohl hier oben extra noch mal für die gesetzt sind, zwei Zielmarken, treiben die sich hier unten rum. Statt sie vielleicht mal die Front verstärken und wenn sie sich nur da hinstellen, wäre das ja mal eine feine Sache. Gut. Ja, wie schaut es eigentlich im restlichen Frontabschnitt aus? Kann man uns auch mal angucken. Der Sowjet ist ja hier unten in, ähm, ähm, Balkon ist es ja nicht. Balkon ist ja mehr da die Ecke, oder? Ist das schon Balkon? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ähm, ist ja hier halt durchgebrochen. Gegen die ganzen Achsenländereien, also Bulgarien, Rumänien. Hat auch schon große Teile besetzt. Ähm, der Jugoslawi, der ist ja schon, da gab es ja mal einen riesigen Aufschwung. Aber das ist ja irgendwie, äh, Niedergeschlagen-Button. Ist immer noch in deutscher Hand. Und ja, ansonsten, wenn wir jetzt mal rauszoomen. Ähm, Diplomatie-Modus. Politische Karte, genau. Politische Karte, seht ihr halt, dass der Sowjet hier Baltikum mittlerweile schon einnimmt, beziehungsweise kurz davor ist Finnland. Das hat er schon komplett unter seiner Fuchtel genommen. Was ist denn hier oben? Wissen wir nicht. Ich glaube, da ist er stehen geblieben. Gut, aber ansonsten schreitet er halt immer weiter voran. Und der ist jetzt, das müsste schon Oberschlesien sein, könnte es sein. Ne, Salzburg, da ist es. Tropau. Götling. Polen. Ne, ist noch Polen alles. Also Oberschlesien, bis er da durch ist. Das dauert noch ein bisschen, aber wie ihr seht, der steht schon kurz vor Warschau. Das ist nur noch ein Feld entfernt, beziehungsweise in Reichweite. Ich denke mir, da können wir gespannt sein, wie das jetzt mit Polen weitergeht. Ja, dann die Westfront, da tut sich eigentlich gar nichts. Kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich überhaupt noch was tut, weil die Briten machen auch keine Anstalten, ihr irgendwie mal ein Landungsunternehmen loszuschicken, weil die Chance hätten sie jetzt, vor allem wenn der Sowjet die Deutschen immer weiter zurückschlägt, würde den Sowjets und mir auch eine gewisse Entlastung bringen, wenn die mal angreifen würden. Aber halten sie nicht für nötig. So, jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da vorangehen. Also, ich könnte jetzt mit der Einheit hier vorrücken. So, das machen wir auch noch Richtung San Marino. Ein Stadtstaat übrigens. Hat eigentlich nichts mit Italien zu tun. Ähm. Oh, da kommt was an. Da kommt was Unbekanntes an, das gefällt mir gar nicht. Ja, das war mal die Befürchtung, dass hier irgendwelche deutschen Einheiten plötzlich herkommen. So, dann müssen wir jetzt schneller vorangehen. Dann müssen wir gucken, dass wir eine zusätzliche noch schlagen. Halt. Muss ich jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Da hin, da hin. Ich könnte mir vorstellen, dass die Deutschen versuchen gleich, mich hier raus zu kegeln. Aus den Gebieten. Also, mein Ziel ist es jetzt vielleicht, so eine kleine Schleise nach unten zu schlagen. Um den Kessel in zwei Teile aufzusplitten. Dann wäre mir zumindest schon mal geholfen. Und ich hätte zum größten Teil wahrscheinlich die unteren Einheiten hier unter Kontrolle. Hier gibt es einen Angriff seitens der Deutschen. Jetzt muss ich mal gucken, wen ich da hinschicken kann. Da ist eine, die ist angeschlagen. Die brauche ich zur Verteidigung. Ich könnte einen Entlastungsangriff drauf machen. So, das müssen wir aber beobachten. Ja, hm. Das gefällt mir nicht. Die versuchen jetzt, den Kessel aufzudröseln. Gut. Ich habe auch irgendwie keine Flieger hier mehr, die ich da entgegenschicken könnte, weil die sind auch so ziemlich platt durch die italienische Luftwaffe. Ja, wir können hoffen, dass du das mal jetzt die Einheiten hier unten aus dem Spiel nimmst. Oh, Ponser-Grenadier-Einheit kommt da oben. Hilfe! Oh, du Scheiße. So. Dann werden wir jetzt mal hier vorgehen. In der Hoffnung, es gibt keine große Gegenwehr. Das muss jetzt ziemlich fix gehen, weil da oben könnte es passieren, dass der Kessel schon am platzen ist. Und hier, das schaut ganz schlecht aus. Aha, hier stößt schon eine Einheit rein. Ähm, da wäre ich auch nicht dagegen gehen, gegen Modena. Da überlege ich vielleicht eher, mich zurückzuziehen. Hier kommen überall... Ach, du Scheiße. Jetzt kommt da nur italienischer Panzerverband. So, ich werde jetzt hier rausgehen. Und die werde ich noch zusätzlich hier schicken. Also, der Kessel ist so gut wie aufgelöst. Das Ding, den können wir nicht halten. Der Kessel ist am platzen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da unten wenigstens die Einheiten aus dem Spiel nehmen. Das wäre toppi, wenn wir das schaffen könnten. Dann hätten wir zumindest schon mal wieder ein bisschen mehr Luft. Ich muss jetzt schauen, dass ich mit der Einheit hier so schnell wie möglich hier reinkomme. Okay. Panzerverband ist durchgestoßen. Ja. Jetzt wird der Kessel aufgeregt. Beziehungsweise zum Platzen gebracht. Das war immer eine Befürchtung, die ich hatte. Ja, ich muss jetzt schauen, dass ich so schnell wie möglich die Einheiten hier irgendwie rausziehe. Und versuche einfach zu retten, was noch zu retten ist. Wenn ich wenigstens hier... Boah, ich habe hier keine Verstärkung. So. Dann werden wir jetzt hier vorgehen. Hilft nichts. Ich muss schauen, dass ich die hier wegkriege, die Verbände. Ja, wie ihr seht, ich bin ein bisschen angespannt. Ein bisschen auch verständlich, weil hier überall jetzt hier Feindverbände mich zurückdrängen. Vor allem in dem oberen Gebiet. Also die Operation Genua ist eigentlich fast schon gescheitert. Weil der große Kessel nicht halten konnte. Jetzt versucht ihr natürlich eine Panzergren hier durchzustoßen. Das müssen wir auch verhindern. Die dürfen auf jeden Fall nicht den Kessel mehr aufmachen. Wir müssen jetzt... Ah, die sind da abgehauen. Gut, dann werden wir hier hinterher fahren. Und die schicken wir nach Florenz schon mal hoch. So, wir schotzen aus, der Gegner. So, die werde ich hier zurückschicken. Sofort. Oh, und die ist abgeschnitten von der Einheit. Also die Miliz, die wird mir hier verloren gehen. Die hängt hier in Modena rum. Und hier ist ein Ereignis reingekommen. Regimewechsel in Polen. Das ist jetzt doch mal interessant. Aha, Polen ist wahrscheinlich eine... eine Puppet, also eine Marionette. Polen ist kaum intern Mitglied. Die sind sogar selbstständig. Ah ne, eine Marionette von Sowjetunion. Da steht es. Ich habe gedacht, die werden... wenn sie eine Unabhängigkeit entlassen. Okay, aber... Es tut sich was. Das Problem ist bloß, es bringt mir hier nichts, weil die Deutschen und die Italiener lassen hier nicht davon ab. Also, beziehungsweise die Deutschen geben das hier nicht auf. Also eine Armee-Einheit ist sofort weg. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich die Einheiten hier nicht oben rausziehen soll, komplett. Wo ist denn eigentlich meine... Marineeinheit mit Bötchen? Okay, die werden wir schon mal umstationieren. Ich glaube, ich werde hier Einheiten rausziehen. Das Ablenkungsmanöver geht nur als... gescheitert, würde ich mal sagen. Aber wir konnten wenigstens den Kessel hier unten aufsprengen. Wir konnten die Frontlinie ein bisschen verändern. Also, äh... Wir haben da schon einiges erreicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass es ein kompletter Fehlschlag war. Aber gefallen tut es mir trotzdem nicht. So. Da oben... Da warten wir mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht haben wir eine Chance, da zu widerstehen. Ja, und die ist aufgelöst, die eine Milizeinheit. Ich möchte mal wissen, wo die Italiener jetzt die ganzen Truppen hierher bekommen. Ist die Marineeinheit schon hier? Ne. Wo ist denn die... Ist die schon losgefahren? Die ist doch... Ich muss jetzt mal meine Marineeinheit suchen. Oder ist die... Ist die zerstört worden unterwegs? Ne, da ist doch die, oder? Ne, da ist ja... Na ja. So, wen retten wir aus der Misera? Die Marine auf jeden Fall. Die macht sowieso hier nichts mehr. Und die lassen wir noch zurück. Die werden wir in einem neuen Chor zuordnen. Und dann werde ich schon mal ein... Eines abtransportieren in Richtung... Wir könnten hier eine Landung machen eigentlich. Da hätte ich zumindest in den Hafen schon mal. Ich stoße hier sowieso mit weiteren Einheiten vor. Das probieren wir mal. Okay. Die Banzer-Grenadiere werden gerade aufgrieben. Sehr gut. Da oben hält es noch im Moment. Was ist hier schon wieder los? Patriotische Bürger, tralala. Ja, es nützt mir bloß nichts. Ähm, die löse ich gleich auf. Jetzt schauen wir mal, was es uns an Manpower bringt. Eins, eins, besser als keins, sagen wir es mal so. So, und die schicken wir gleich hier hoch als Entsatz. Weil das wird nämlich da der nächste Brennpunkt werden. Beziehungsweise, hier können wir San Marino schicken. Die schicken wir auch hier hoch. Die schicken wir da hin. Okay, wir sind hier drin im Hafen. Ein weiterer Hafen für uns. So, und der bekommt nochmal einen Marschfehlbefehl. Halt. Umstationieren, wollte ich sagen. Ja, das habe ich befürchtet. Ja, das ist halt echt jetzt ein Problem, weil wir zu wenig Manpower haben. Ich werde jetzt mit der nach vorne stoßen. Die ebenfalls. Wir brauchen jetzt frische Verbände. Das hier unten, das lassen wir mal so, wie es ist. Das schicken wir da hin. Da ist eine. Die können wir hier hin schicken. Die schicken wir auch da hin. Ja, das habe ich befürchtet. Die sind angeschlagene Verbände. Ziehen sich zurück. Ja, und ich würde sagen, das war es für den Teil. Für den heutigen Teil zumindest. Ich muss mich hier auf jeden Fall erstmal neu sortieren. Weil das obere Gebiet ich wahrscheinlich so gut wie abschreiben kann. Und ich mir einen neuen Plan überlegen muss, wie es weitergehen soll. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit starken italienischen und deutschen Verbänden hier zu rechnen haben, die aus irgendwelchen Löchern gekrochen kommen. Mich würde es mal interessieren, wo sie die hergezaubert haben, ehrlich gesagt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn ich, sagen wir mal, drei Viertel von Italien habe, dass sie noch so viel Manpower haben, um neue Einheiten aufzubauen. Also, sehr suspekt, wo die hergezaubert worden sind. Aber das werdet ihr höchstwahrscheinlich im nächsten Teil erfahren. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.